Unser Buch heißt Superman, der Meteor des Erderbens und wurde von Paul Kupferberg geschrieben. In diesem spannenden Buch werden wir wieder in die Welt von Superman geführt. Dieses Mal steht er vor einer Herausforderung, seine Freunde vor dem Bösewicht zu beschützen. Erst wird Luis Lane von Fiercin Schuken angegriffen und dann bekommt es Jimmy mit einem riesen Roboter zu tun. Superman macht das Ganze stutzig. Wer hat es auf seine Freunde abgesehen und warum? Außerdem muss er noch ein Auge auf Lex Lufo haben. Er führt nämlich immer was in Schilde. Und zusätzlich ist da noch die Raumsonde. Doch Superman weiß noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Die Raumsonde? Welche im Weltall rumflog? Soll nämlich nun auf der Erde landen. In ihr ist ein Meteor aus Kryptonie. Das ist das Einzige, wo der Superman machtlos ist. Glaube du, dass Superman resen lassen kann? Und seine Freunde und seine Stadt retten. Musik 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 Vielen Dank.